Wie ist das? Sie sollten sich sehen, als ob Sie es genutzt werden. Ja, definitiv. Gelacht wurde aber auch bei dieser Torte, kredenzt zum Thronjubiläum im Juni. Paddington Bear lüftete zum Thronjubiläum ein ganz besonderes Geheimnis. Was hat die Queen eigentlich in ihrer Handtasche? Justin Trudeau machte 2018 mit dem schnellen Wortwitz der Königin Bekanntschaft. Er erwähnte, dass er schon der zwölfte kanadische Premierminister unter ihrer Regentschaft sei. Danke, Herr Premierminister von Kanada, für mich so alt fühlen. Apropos Kanada. Auf Schloss Windsor traf die Queen auf Mitglieder ihrer Garde. Einen kanadischen Offizier musterte sie dabei besonders. Hast du schon mal gespielt? 27 Jahre. Sieht so. Für die Invictus Games 2016, einer paralympischen Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, kam es zum Schlagabtausch mit den Urbanas. Message? Von Michelle. Sehr beeindruckend. Willst du es zusammen sehen? Ja. Schauen wir mal. Terry. Erinnerst du, als du uns gesagt hast, es zu den Invictus-Games zu bringen? Beide auf, was du wünschst. Boom. Oh, wirklich? Bitte. Boom. Gegenüber der BBC sagte die Queen 2018 Bei einer Krönung war ich Zuschauerin, bei der anderen Empfängerin. Sehr bemerkenswert. Das Drumherum nimmt man selbst kaum wahr. Danke. Für alles. Körbe. Das istkere. Das ist eine eigene Hütte. Exakt ist dir. Die Filmerein wird dir.